so willkommen zurück zu 42 42 inzwischen auch mit frischer unterwäsche wieder und es geht los mit zum recht hier rein ich weiß nicht bleibe ich dann nicht doch lieber hier ich meine es ist doch so anheimelnd lassen möglichst schnell hier raus ganz ehrlich endlich weg von der und nun ich habe das gefühl das ist gelogen da kommen wir wohl nicht hoch da kommen wir wohl nicht durch weil der exit steht dann geht das schon mal gar nicht ich meine das level muss noch ein bisschen lang dauern ach so taschenlampe hoppla die ist einfach losgegangen hat zum glück passiert hier nichts mehr was uns erschrecken könnte ich bin nicht schreck faith patienten aufnahme interne dienst anweisung aufnahme von patienten wenn der neue patient aufgenommen wird achten sie richtig darauf dass alle formulare vollständig ausgefüllt werden und eine kopie der aktuellen pmt also physisch mental peter stetisch Einstimmung vorliegt kennen sie die blätter und und erstellen Sie Kopien wie folgt. 1. An den behandelnden Chirurgen, 2. An den verantwortlichen Pfleger und 3. An das Verwaltungszentrum. Behalten Sie die originale im beschrifteten Archivordner. Bitte beschränken Sie die Erörterung einzelner Vorgänge mit dem Patienten auf die vorgeschriebene Sprachregelung. Wenn ein Patient wiederholt nachfragt, markieren Sie bitte die Akte und fordern Sie die Unterstützung einer Oberschwester. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, Mr. E.E.GraphStorm, PhD, MA, Verwaltungsdirektor. Ja Mensch, das ist ja ein richtig hohes Tier. Da geht es wieder nicht rein, aber ich wette, da hinten sind richtig viele Gegner. Ich lasse die Lampe mal aus, wenn wir sie nicht gerade brauchen. Einfach weil ich glaube, dass sie das tatsächlich auch ein bisschen merken, wenn ich eine Lampe anhabe. Oh shit. Hat mich jetzt keiner bemerkt, oder wie? Da kniet ja noch einer. Entschuldige, hab dich gar nicht bemerkt. Und schon wieder nachladen. Der arme Junge hat ja gar nichts anderes mehr zu tun, als nachladen. Schöne Musik, aber ich komme mir vorhin wie ein Prinz of Persia. Das Männerklo, das sieht aber normalerweise nicht so aus. Verschmutzt schon, aber so? Junge, schämst du dich gar nicht? Du widerst mich echt an. Vor allem, wo ist deine Mundhöhle? Ihm fehlen die Lippen aber trotzdem keine Mundhöhle. Als hätte er gerade ordentlich in einen riesigen Steak reingebissen. B. Frank, Leo, Esra. Die denken auch nicht daran, ihre Nachnamen zu benutzen. Klick, 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 klack. Die Maschinenpistole. Und wir haben schon wieder ein Medikit gefunden. Sag mal, wieso spielen wir das Ganze auf normal? Wir könnten das auf schwer spielen und würden keine Probleme bekommen, glaube ich langsam. Wir könnten echt mal probieren, dass ohne Slowmotion zu probieren, aber ich glaube, das würden wir echt nicht hinkriegen. Leisure. Munition wieder alles mitnehmen, was geht? Ich glaube, 450 ist das Maximum. Das heißt, allzu viel brauche ich da gar nicht mehr mitnehmen. So. Ansonsten. Ja, Auge juckt, Auge juckt. Entschuldigung. Puh. Hier ist Fox. Hört mich jemand? Ich höre jemanden weinen. Klingt wie eine Frau. Oh oh. Ich werde das prüfen. Lass es lieber. Gesperrt. Aber dahinter scheint irgendwie was zu sein. Hm. Feuerschutztür, die zu ist. Well done. Ich habe das Gefühl, aus dem Paschel kommen welche raus. Noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Hinweis. Bewertungsbericht. Project Origin. Name der Probandin Alma. Wait. Oho, was haben wir denn da? Alter der Probandin. Sieben Jahre. Eingereicht von Charles Habiger, PhD. Bewertung. Seit letztem Oktober hat die Probandin eine Entwicklung von regelmäßigen Albträumen zu periodischen Halluzinationen und lähmenden, empathischen Episoden gemacht. Sie ist äußerst empfänglich für emotionale Spannungen, das bin ich gerade auch, in ihrer Umgebung und wird in der Gegenwart von Wut nahezu katatonisch vor Angst, besonders wenn sie sich um ihren Vater handelt. Der ist ja auch ein Mistkerl, das wissen wir ja schon. Besonders zu bemerken ist, dass sich ihr psychisches Potenzial seit der letzten Bewertung mehr als vervierfacht hat. Angestellte berichteten von akustischen und physischen Halluzinationen während der Testsequenz. Letztere reichten von leichter Übelkeit bis hin zu einem Gefühl von Brennen in den Gliedmaßen. Die Schlussfolgerung, der mentale Zustand der Probandin verschlechtert sich, während sich gleichzeitig ihr tel-ästhetisches Potenzial exponentiell erhöht. Ich empfehle den Rhythmus der Bewertung von 6 Monaten auf 14 täglich zu erhöhen, was natürlich ein gewisser Anstieg ist. Ich hatte jetzt auch nicht erwartet, dass sie hinter uns steht. Das scheint aber tatsächlich ein rein optionales Briefchen gewesen zu sein. Soviel dazu. Heilige Scheiße. Ich wüsste immer noch gern, wie man da ins Treppenhaus kommt. Ich meine ja nur... Ah. Ne. Immer noch gesperrt. Hm. Keine Ahnung. Wieso habe ich jetzt gerade ein Ohr im Steflöckchen-Weißröckchen? Ach, da hinten. Ich bin froh, dich zu sehen. Na los. Wir haben nicht viel Zeit. In die Kammer. Beeilung. Wir haben so viel Rüstung, dass wir die nicht mehr brauchen. Tolle Kammer. Und nun? Das wird ihn doch wohl nicht sterilisieren oder so. Das wäre die letzte meiner Sorgen. Sterilisieren, das hoffe ich aber nicht. Ich will noch ein paar Kinder haben. Na, Freunde. Dankeschön, Stokes. Ach, nee. Das war Jenny. Ich würde ja gern zurückgehen, aber ich komme mir ja gar nicht erst raus. Ach, was schießen die gerade? In was für eine Art Spiel bin ich hier? Da war grad ein Tentakel. Ich meine ja nur. Sag nicht, wir können jetzt hier... Wir können dieser scheiß Welt laufen. Was ist das? Ein Atomkraftwerk? Hallo, Alma. Okay, sie will wirklich irgendwie was von uns. Sie findet uns. Na, Schnucki? Bist du dieser Wende irgendwas? Kein Nahkampf möglich. Verstanden. Ich komme. Sie darf nicht entkommen. Samuels, beende das hier. Ja, Nutscher geht nur uns woher hin. Huch. Stirbst du jetzt bitte mal? Danke. Das war eigentlich noch viel zu früh hier aufzuheben. War auch eigentlich keine Absicht. Lebt er noch? Nein. Da hinten sieht noch sehr lebendig aus. Lololololola. Gemütlicher Spaziergang ist bisher das Ganze. Na? Okay, vielleicht auch nicht ganz so doll fortfaschen. Ich würde hier gerne um die Ecke erstmal fahren, bevor ich in Deckung gehe. Oh, wir müssen aufpassen, wir sind schon fast tot. Ich brauche Hilfe. Hm? 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 Na? 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 Idiot. Neue Rüstung haben wir hier wahrscheinlich nicht mehr. Ach, das Treppenhaus ist offen. Damit hat sich das wohl auch erledigt. Gleich. TAK Übersicht. Die Telesthetische Anpassungskamera TRK ist ein unverzichtbares Teil der Harbinger Konversationsprozesse. Mit Hilfe von Dioden, die im Aktivierungsprozess implantiert werden, das haben wir glaube ich schon hinter uns, kann in der TRK das telesthetische Signal des Kandidaten moduliert und so an eine vorgegebene Zielfrequenz angepasst werden, zum Beispiel an die von ALMA. Die Einstellungsdaten werden zudem zur Verstärkung des telesthetischen Signales gebraucht, bei dem die telepathische Reichweite und die Intensität des Kandidaten erhöht werden kann. So, und jetzt darfst du weiterreden, Stokes. Arrestiert nicht! Sie muss panisch gefroren sein! Halt aus, hör nach ihr! Gut, diese gruselige Treppe gehen wir beim nächsten Mal runter, erinnert mich irgendwie an dieses eine Horrorgame, ich weiß nicht mehr genau wie das hieß, SV46 oder so ähnlich, bei dem man die ganze Zeit eine Treppe runtergeht und einfach fast nichts passiert. Und am Ende stirbt man oder so. Ha, ich hab euch gespoilert, bis zum nächsten Mal!